In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr mit Emmet aus diesem bisschen Code diesen HTML-Code generieren könnt und noch vieles mehr. Also, auf geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um Emmet. Emmet ist ein Tool, was es euch ermöglicht, viel schneller und viel einfacher HTML zu schreiben. Wie das Ganze funktioniert und welche coolen Funktionen es mit sich bringt, gucken wir uns gleich an. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord. Da könnt ihr Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit gleichgesinnten Austauschen. Ansonsten legen wir jetzt los. Viel Spaß und auf geht's! So, bevor wir mit dem eigentlichen Tutorial beginnen, hier erstmal einige wichtige Informationen. Ich habe Visual Studio Code geöffnet, also das ist der Editor, den wir heute nutzen werden. Es funktioniert natürlich auch in anderen Editoren. Dort müsst ihr diese Einstellungen teilweise nicht mehr vornehmen, wie zum Beispiel in IntelliJ, aber auch teilweise in neueren Versionen von Visual Studio Code sind diese Einstellungen schon getroffen. Wenn es bei euch nicht funktionieren sollte, dann sind quasi diese beiden Zeilen hier wahrscheinlich fehlerhaft oder funktionieren nicht korrekt. Das heißt, das müsst ihr einmal übernehmen, sofern ihr möchtet, aber mehr müssen wir auch gar nicht an unserem Setup vornehmen. Alles andere läuft heute in der Emmet.html ab, wobei man halt natürlich sagen muss, dass eure Datei nicht Emmet.html heißen muss. Das funktioniert auch in dem Template-Bereich einer View. Das funktioniert auch in jeder anderen HTML-Datei. Das funktioniert in PHP-Dateien. Das heißt, ihr könnt das überall, wo ihr HTML schreibt, einsetzen. Bei mir heißt die Datei, in der wir jetzt arbeiten werden, halt Emmet.html. Damit legen wir jetzt los und auf geht's mit dem ersten Part. So, das erste, was wir uns angucken, ist das sogenannte Nesting. Nesting ist ziemlich einfach erklärt. Wir sagen einfach, wir wollen eine unordered List. Hier drin wollen wir ein Listen-Element, also ein Li. Hier drin wiederum wollen wir ein P. Und wenn ich jetzt Tab drücke, dann wird das Ganze generiert. So ist Emmet aufgebaut. Ich definiere ein Statement, drücke Tab und am Ende generiert sich HTML. Und Nesting ist quasi einfach das Verschachteln von HTML-Elementen. Das funktioniert natürlich auch mit anderen Elementen. Also ich kann auch sowas machen, wie ich habe einen Header. In dem Header habe ich eine Navigation. In der Navigation habe ich beispielsweise einen Link. Funktioniert genauso. Könnt ihr wunderbar generieren, wie ihr seht. Und man kann dann alles wunderbar anpassen. Aber es gibt nicht nur Nesting, sondern es gibt auch noch andere Tags und damit geht es jetzt weiter. Natürlich gibt es nicht nur Nesting, sondern es gibt auch Siblings. Und Siblings zum Beispiel ist einfach auf derselben Ebene. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe einen Header, ich habe einen Artikel und ich habe einen Footer. Wenn ich jetzt Tab drücke, habe ich drei Elemente generiert auf derselben Ebene. Das Ganze funktioniert natürlich auch verschachtelt mit Nesting. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe einen Header. Im Header habe ich eine Navigation und hier habe ich ein Li-Element. Und das kann ich generieren. Aber ich kann natürlich auch sagen, ich habe eine Navigation und ich habe auf derselben Ebene ein Image. Und dann habe ich zwei Elemente verschachtelt generiert. Also das funktioniert in alle unterschiedlichen Richtungen. Und es gibt hier auch noch einen zusätzlichen Punkt, nämlich Climb Up. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich habe einen Header generiert. Hier wiederum generiere ich mir eine Navigation, einen Link. Und dann sage ich, okay, ich möchte gerne jetzt eine Ebene höher. Und das mache ich einfach mit diesem kleinen Pfeil. Das mache ich jetzt zweimal, weil ich auf die Ebene vom Header möchte. Und sage, ich möchte jetzt hier einen Artikel generieren. Und jetzt habe ich quasi einen Header generiert mit Nested Elements, aber gleichzeitig auch einen Artikel auf derselben Ebene wie den Header. Das heißt, mit diesem Climb Up, mit diesem kleinen Pfeil nach oben, könnt ihr quasi die Ebenen in eurem HTML wieder hochklettern. So, das nächste habe ich in vielen Videos schon verwendet. Zum Beispiel kann ich hier einfach sagen, Punkt, Hallo, drücke Enter und ich habe eine Div-Box mit der Klasse Hallo generiert. Ich kann natürlich auch sagen, ich möchte einen P-Tag mit der Klasse Hint. Und in dem Moment habe ich einen P-Tag mit der Klasse Hint generiert und ich kann das natürlich verschachteln. Ich kann sagen, P-Tag mit der Klasse Hint und der Klasse Error und habe zwei Elemente generiert. Aber ich kann natürlich nicht nur Klassen, sondern ich kann auch IDs hinzufügen. Das heißt, ich kann auch so etwas sagen wie Header, Raute und dann Main. In dem Moment habe ich einen Header mit der ID Main generiert. Und das funktioniert natürlich auch mit jedem HTML-Element und ich kann das natürlich auch mit Klassen kombinieren. Also ich kann auch sagen, ich habe einen Header mit der Klasse Light und der ID Main. In dem Moment habe ich die Klasse Light und die ID Main dem Header hinzugefügt. Das funktioniert also wunderbar. So, jetzt wird es schon ein bisschen interessanter und zwar kann ich zum Beispiel sagen, ich habe hier einen P-Tag und kann mit geschweiften Klammern, das ist mein Inhalt schreiben. Und in dem Moment generiere ich einen HTML-Tag mit Inhalt. Das funktioniert natürlich auch genestet. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe eine Unordered List, ein Listen-Element und hier drin ein P und in dem P habe ich einfach den Text Hallo stehen. Das funktioniert natürlich auch wunderbar und ihr könnt das auch mit allen vorherigen Elementen kombinieren. Also ihr könnt das immer miteinander verschachteln und das funktioniert ziemlich nass. Neben Inhalten ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass wir Attribute bestimmen können. Was heißt, ich habe zum Beispiel ein A-Element und hier sage, ich möchte mit href, also mit den eckigen Klammern definiere, ich möchte ein Attribut hinzufügen, sage jetzt, das Attribut heißt href und es soll bitte einfach zu Google führen. Und wie wir es gerade gelernt haben, kann ich jetzt hier auch noch Text anhängen, drücke wieder Tab und ich habe einen Link generiert mit einem href direkt zu Google. Das funktioniert natürlich nicht nur mit Links, sondern ich kann auch eine Div-Box nehmen und hier zum Beispiel ein Data-Test-Attribut dranhängen und habe hier quasi irgendein Attribut drangehängt. Das funktioniert also mit wirklich allem und natürlich auch vernestet. Also ihr könnt hier auch mehrere Attribute benutzen und direkt dranhängen und nicht nur eins. Also wenn ich zum Beispiel so etwas habe wie ein Image und sage hier, okay, ich habe eine Source zu slash images slash logo.svg und ich habe zusätzlich noch alt Logo, dann habe ich das beides direkt dran gehängt und das funktioniert ziemlich nice. Aber es gibt natürlich noch weitere Funktionen, die wir uns auch noch angucken müssen. So, das nächste, was wir uns angucken, ist das sogenannte Grouping. Das wird vor allem, wenn ihr ganze Layouts generieren wollt, sehr interessant. Zum Beispiel kann ich hier sagen, ich habe eine Div-Box mit der Klasse Wrapper und hier kann ich jetzt sagen, okay, da drin habe ich zwei verschiedene Gruppen. Ich habe einmal zum Beispiel die Gruppe Header. Im Header habe ich zum Beispiel eine UL mit einer LI und hier habe ich die Gruppe Article, wo ich eine H1 habe und dann ein P-Tag. Das Ganze kann ich jetzt hier einfach generieren und ihr seht, ich habe zwei Gruppen generiert. Also ich habe einmal eine Header-Gruppe generiert und einmal eine Footer- bzw. Content-Gruppe. Das könnt ihr natürlich beliebig erweitern und auch wieder mit Climb Up und Zip Links beliebig modifizieren, sodass ihr jedes HTML-Konstrukt quasi in einem Instant umbauen und einfügen könnt. Und ja, das sind quasi Gruppen. Sie sind vor allem sehr mächtig, wenn ihr ganze Layouts generieren wollt. So, das bringt uns zum nächsten Punkt und zwar Multiplikation. Und das ist einer der wohl zeitsparendsten Funktionen. Und zwar sage ich, ich habe eine UL und ein LI und das möchte ich gerne 15 Mal haben. Und in dem Moment habe ich eine Liste generiert mit 15 Unterpunkten. Das sieht schon mal ziemlich nice aus. Aber ich kann das natürlich noch erweitern und zwar kann ich auch hier so etwas sagen, wie ich möchte gerne eine UL, eine LI und kann dann hier drin sagen, okay, ich möchte gerne innerhalb unserer LI Texte generieren und zum Beispiel Listen, Element und dann mache ich einfach ein Dollarzeichen. Und in dem Moment, wenn ich jetzt Enter drücke, habe ich quasi das einmal erzeugt mit hier eine 1. Allerdings möchte ich das nicht nur einmal erzeugen, sondern wie wir gerade gelernt haben, kann ich sagen 5 Mal. Und wenn ich jetzt quasi hier am Ende wieder hingehe, Enter drücke, habe ich 5 Listenpunkte erzeugt mit einer durchgehenden Nummerierung von 1 bis 5. Und das Ganze funktioniert daher wunderbar, wenn ihr komplexe Elemente generieren möchtet. Natürlich könnt ihr die Multiplikation und auch die Nummerierung beliebig editieren. Also ihr könnt auch beispielsweise Klassen mit einem Listenpunkt erweitern. Also wenn ich zum Beispiel so etwas sage, ich habe eine UL, eine LI und füge jetzt eine Klasse ein, zum Beispiel Item und dann Dollar, dann habe ich Item 1 hinzugefügt. Und das funktioniert natürlich jetzt auch, wenn ich hier hinten dran einfach sage mal 5, dann habe ich 5 verschiedene Klassen generiert mit einer durchgehenden Nummerierung, was extrem viel Zeit erspart, falls ihr so etwas in eurem Design braucht. So, die nächste Funktion, die habe ich auch schon in einigen Videos verwendet, wo ich dann gefragt wurde, wie ich das mache. Ich generiere hier eine Liste, also unordered list mit einem Listen-Element. Das Ganze möchte ich gerne 5 Mal. Und hier drin sage ich jetzt, ich möchte gerne Lorem und sage 5. In dem Moment generiert mir quasi Emmet im Hintergrund Lorem-Ipsum-Text und zwar in diesem Fall immer 5 Wörter. Das müssen natürlich nicht 5 Wörter sein, das können auch 2 Wörter sein, dann sind es immer 2 Wörter. Es kann aber genauso gut auch 50 Wörter sein, dann generiert euch das einen ganzen Haufen Text. Das funktioniert natürlich super gut und ihr könnt das nicht nur da verwenden, sondern auch für zum Beispiel ein P-Tag, kann man auch sagen Lorem 10, dann habt ihr ein P-Tag generiert mit einem Lorem-Ipsum-Text da drin. Das nächste, was wir uns angucken, sind die sogenannten Links. Ich kann hier sagen, ich habe ein Head. In dem Head habe ich beispielsweise einen Link und in unserem Fall zum Beispiel einen Link zu CSS. In dem Moment, wenn ich das generiere, generiert er mir automatisch einen kompletten Link-Tag. Das funktioniert natürlich nicht nur damit, sondern ich kann hier auch sagen, zum Beispiel zu Faficon, dann wird mir da direkt das komplette generierte Tag eingefügt. Das Ganze funktioniert sehr, sehr praktisch, spart eine Menge Zeit, funktioniert natürlich nicht nur mit CSS, sondern auch mit allen möglichen anderen Link-Typen und spart euch eine ganze Menge Zeit. Das letzte, was wir uns angucken, sind sogenannte Auto-Documents. Was heißt, ich kann hier sagen HTML, dann wird mir hier schon vorgeschlagen, zum Beispiel HTML5. Wenn ich da auf Enter drücke, dann generiert mir er mit direkt einen kompletten Auto-Part und das funktioniert auch noch mit weiteren HTML-Documents und es daher sehr, sehr praktisch einzuwenden. Vor allem, wenn ihr gerade irgendwie eine ganze Seite entwickelt, könnt ihr so instant alles ziemlich schnell generieren, ohne euch den ganzen Code hierfür merken zu müssen, weil sich das eigentlich immer nur wiederholt. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch verschiedene andere Amazon Affiliate und Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder.